Mia und Lukas können's kaum erwarten. In wenigen Monaten beenden sie ihre Ausbildung in der Chemie. Was danach kommt? Ist doch erstmal egal, wir sind schließlich fertig ausgebildet, findet Mia. Laborleiter Jochen sieht das anders. Weiterbildung ist in der chemischen Industrie besonders wichtig, um neue Aufgaben zu bewältigen und im Job voranzukommen. Zum Beispiel, damit ihr fit für die Digitalisierung seid. Lernen hört einfach nie auf, seufzt Lukas. Jochen stimmt ihm zu. In der Chemie entwickelt sich alles weiter. Die Technik, die Forschung, natürlich auch die Produkte und ihre Anwendung. Da gibt's ständig Neues zu entdecken. Das klingt toll, findet Mia. Aber welche Weiterbildung passt zu mir? Im Prinzip ist es ganz einfach, weiß Jochen. Beachte einfach drei Punkte. Deinen Standort, deine Chancen und deine Lernform. Um zu erkennen, in welche Richtung du dich weiterbilden sollst, frage dich erst einmal selbst, wo du stehst. Was hast du schon erreicht? Welche beruflichen Ziele hast du? Welches Wissen brauchst du dafür? Und was bist du bereit für deine Ziele zu tun? Nach der Ausbildung stehen dir, je nach Schulabschluss und gewähltem Beruf, viele Möglichkeiten offen. Du kannst die Meisterlaufbahn wählen oder du kannst ein Studium starten, das zu deinem Berufsziel passt. Jeder lernt anders. Ob ein Seminar, ein Workshop oder ein computergestütztes Training das Richtige für dich ist? Deine Abteilungs- und Personalleitung hilft dir, es herauszufinden. Auch während deines täglichen Jobs kannst du etwas für deine Zukunft tun. Das nennt sich Lernen im Arbeitsprozess. Und fünf von sechs Chemieunternehmen setzen es schon ein. Hier darfst du in anderen Arbeitsbereichen Erfahrungen sammeln oder in Projekten zeigen, ob du das Zeug zum Manager hast. Mia und Lukas sind begeistert. Beide sind sich sicher. Da geht noch was. Alle Angebote und Tipps zur Weiterbildung gibt's im Netz